Guten Abend miteinander, jetzt ist wieder Zeit da, wo man sich draussen so richtig gemütlich machen kann. Und alles, was es dazu braucht, gibt es bei GOP und erst noch unglaublich günstig. Bequeme, stabile Camping-Sessel, praktische Camping-Grill oder die extra leichten Kühlboxen und vieles mehr als zu erstaunlichen Preisen. Zwei besondere Preisschläge sind die beiden Qualitätsangebote von GOP. Das Liegenbeton hat komfortable Mass, nämlich 190 x 68 cm und ist dank dem Metallrohrgestell sehr stabil. Der Kopfteil ist verstellbar und die starke Polsterung hier ist fix und wetterfest. Es gibt sie in verschiedenen Blumen-Dessants. Oder die praktischen Klappstühle, ebenfalls aus stabilem Metallrohr. Die haben aber einen kleinen Ohrplatz und dank der originellen Form machen sie sich auch wie der Wohnung gut, falls sie dort mal zu wenig Stühle haben. Achtet Sie auf die Plakate an der Coop-Schaufester. Überall, wo die hängen, gibt es das Liegenbett oder die Klappstühle. Zu unglaublich günstigen Preisen eine echte Coop-Leistung. Ebenfalls an der Coop-Schaufester das Plakat der Coop-Aktion zu morgen. Da gibt es 11 feine Aktionen zu stark reduzierten Preisen. Nämlich vom Excellento-Bohnenkaffee bis zum Knusper-Snack. Knusper-Snack ist aus wertvollen Naturprodukten wie Kokosbutter, Hafer- und Weizenflocken, ausländischem Bienenhonig, Sultanine und Haselnüsse und noch andere Zutaten. Knusper-Snack ist so fix fertig eine ideale Zwischenmahlzeit. Mh, ist wirklich gut. Und für ein nahrhaftes Morgen vermischen sich Knusper-Snack einfach mit ein bisschen Milch oder dann mit anderen Zutaten wie Fruchtsaft, Joghurt, Quark oder mit Töpfeln. Apropos Äpfel. Bei Coop gibt es jetzt übrigens Golden Delicious in diesen praktischen Tragsäcken zu einem einmaligen Wochenendepreis. So, das wär's. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Der Klappstuhl, den wir Ihnen gerade vorgestellt haben, kostet bei Coop nur 15 und das Liegebett nur 35 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop einen Liter Coca-Cola für nur 80 Rappen, 170 Gramm Zweifel-Pom-Chips statt für 280 für nur 1.95 Franken. 500 Gramm ausländische Poulet, Pfannenfertig, tiefgekühlt nur 1.70 Franken und der Haushaltreiniger Vigor ist bei Coop ein ganzer Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilogramm Omo statt 15,90 nur 13,90. Und denken Sie daran, für Ihre Gesundheit dreimal täglich einen Apfel. Das Wochenende kostet Golden Delicious in diesen praktischen Tragtaschen nur 1.50 Franken. Und als aktueller Preisschlager Glätt-Frischhaltefolie 30 Meter lang nur 1.50 und 20 Glätt-Frischhaltebeutel nur 1.40 Franken. Auf Wiedersehen.